So, willkommen wieder zurück zu Guild Wars 2. Wir sind in der Bar, haben ein Bierchen gesoffen und Nina ist auch da. Prost. Perfekt. Gleich am Anfang schon. Und los geht's. Komm, gehen wir. Wir haben keine Zeit über den. Ein Bierchen war jetzt aber echt ganz gut eigentlich. Wir gehen jetzt zur nächsten Quest. Komm. Nina hat immer Orientierungsschwäche. Nein, weißt du. Sie wisst ja. Frauen und Orientierung, das sind halt so zwei Sachen. Das geht einfach nicht. Sogar wenn sie ein Navi benutzen würde, dann würde sie ihn falsch halten und in die falsche Richtung gehen. Ja, und das Männer. Was hat das alles für Schäden, ha? Weniger als ihr. Die will ich gar nicht aufzählen. Frauen sind mehr geschädigt als Männer. Ja, ja, ja. Ist doch so. Ah, Level 10. Was darfst du denn da unten? So lässt du der Ei hupfen, oder? Ja. Und mich fressen lassen von einem Wassermonstern. Unverwundbar. Holy shit. Der ist unverwundbar? Weil er eine harte Schale hat. Was ich mache am Bogen um den, glaube ich. Ja, ich kann ihn nicht verwunden. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Beschützt den Fischen vor aggressiven Fischen und Skalen. Fangt Krabben in den Reusen. Das sind so schwer eigentlich. Wir müssen halt ins Wasser ninken. Der ist unverwundbar. Ja, deswegen bin ich auch weggerannt. Ach so. Da, Rotlachs. Töten. Wo sind die Reusen? Unter Wasser habe ich gesehen. Das sind die Käfige da. Ja, dann ab und zu unter Wasser. Ab und zu unter Wasser, schnell. Einfach die Krebse umgehen. Einfach die Krebse umgehen. Aha. Mhm. Ich kann jetzt da nichts machen. Aber ich mag halt ein bisschen die Action, weißt du? Ich mag ja die immer da hingehen, wo... Ah, Krebsreise. Nichts zum Fangen. Nein, Krebsfangen. Kein Krebs zum Fangen weit und breit. Okay. Das tue ich nachher da. Ich auch nicht. Hm? Ah, ein Viech. Was bitt denn du? Komm hier runter. Nein, frag mich nicht. Kann man dich vielleicht damit irgendwie kaputt machen? Nee, unverwundbar. Mei, ich hab Angst. Ich verreckländige, was ist jetzt schon? Geht aus, mir geht woanders hin. Mei, ich hoffe, ich kann mich jetzt noch retten. Ja, ja, das machst du schon. Oh, ich bin geiles Häschen vorhin. Das sehe ich gerade. Hm. Da könnte man eigentlich auch hin. Level 9. Scheiße. Level 8. Ich bin angegriffen. Ja, das ist schon für Level 10. Ich bin gleich hin. Gut, dann gehen wir da hin. Ja, nee, nee. Schon gut. Nienchen, ich warte bei dir bei Altabachtal. Super. Unverwundbar und ich liege am Boden. Du jetzt. Telepodieren zu einem Altabachtal. Bin ich kaputt. Dort machen wir weiter. Da ist wir Level 8, habe ich gesehen. Nein, super Quest. Was du mich immer hinschickst. Ja, man muss halt probieren. Man muss gucken. Wo ist das Altabachtal? Vielleicht geht es ja auch so. Boah, die FPS sind gerade voll im Arsch. 15, 18, was ist denn los? Jetzt wieder auf 30. Okay. Irgendwie in dem Grid was zwei voll viele Speicher weg. Habe ich gerade gemerkt. Das letzte, was wir aufgenommen haben, 66 GB. Mhm. Schon viel. Und gab es doch schon mal zu den Quests, was viel zu hoch sein für uns. Ja, bin ich auch gerade. Aber jetzt gehen wir zu Level 8. Da geht es. Wo bist du denn? Aha. Telepodiert. Wunderschön. Ja. Ich habe es in der Kante sogar. Warte auf die hier. Aha. Ich habe die gefunden. Bravo. Sagst du nichts, gell? Hör auf zu schmatzen da. Ja. Das ist grausig. Das Spiel macht mich hungrig. Ja, aber das Schmatzen ist grausig. So lange nicht fahrt's. Na, das wird auch noch passieren bei dir irgendwann. Waldspinnen greifen an. Ah. Ah. So viele. Ah. Ah. So viele sind zwei. Hallo. Meine Ausdauer spendet. Okay, drei. Ein junges. Das ist mir doch viel. Okay, das sind aber nicht kurz schwach, gell? Doch, das ist nicht schwach. Guck, bin tot. Nienchen, macht viel zu viel Panik da. Viel zu viel Panik machen du. Jawoll. Geht doch alles. Wie viel? Ah, du bist auch schon sieben. Sehr schön. Gerade am Anfang, oder? Was ist lang? Nein, ich habe schon drei voll fast. Aha, okay, super. So? Bin ich nicht so weit vorn. Ich bin bei der Hälfte ungefähr. Ich weiß nicht, warum du immer so weit vorn bist. Ich dachte, du hast mehr wie ich. Ich würde ja auch sagen, ja. Und die nächste Spinner. Nicht vergessen, Holz immer sammeln. Ach so. Ja, nicht das hoch. Immer sammeln. Hinter dir. Wie haut er weiter den nächsten? Was sind die? jetzt muss ein baum sammeln jetzt verstehen muss ein baum sammeln so haben wir dann ein eine sehenswürdigkeit kommt schon einfach nachdem was du mit so viel holz sagen wir sagen wochen überrohr mit fragen man kriegt sowieso ep egal ob was macht ob man was damit macht oder nicht so und später wenn ich mal was machen will haben wir genug wenn wir beide sammeln ich habe jetzt wissen wir auch noch etwas aufwerten muss wie aufwerten ja da habe wir fallen noch vier und fünf bei den fertigkeiten also habe ich erst drei noch mal angst die greifen gerade drei spinnen an vorhin das ist mir egal will hier nur lauf einfach so wie ich will nur die sehenswürdigkeit holen so und geholt und dann gehen wir zum herzwald was müssen wir denn hier machen überhaupt da zerstört der besitz der zentauren schwächt ihre truppen und macht ihnen den namen unserer sache auch anderweitig das leben schwer okay achtung bär ich sehe da einen hirsch da ist eine bärenhöhle da werden wir mal hinein vielleicht gibt es da irgendwas man kann sein in der wolfshöhle war auch was davor vielleicht ist hier auch irgendwas kann man ja nicht wissen man kann auch man kann auch im kampf wechseln okay aber halt nach einer gewissen zeit ja muss lernen mir zu folgen das ist nicht einfach wo ist das für die vielleicht das machst du schon das machst du schon jetzt machen wir das bambi tot bambi bambi kaputt oh ein veteranbär, komm den schaffen wir schon wo bist du denn? mensch? fragen wir mal wo ich bin ihnchen ein bisschen die kamera rausholen und ich hab dir gesagt du darfst nicht im nahe kampf gehen belebt der fähig wieder ich muss warten ich hab's gefressen damit ich nicht verreck ja genau, hör ein bisschen rein ich laufe ein bisschen mit ihm dann kann man das Ding aufgehen, meine Energie gut, den kriegen wir schon den kriegen wir, den kriegen wir und aus der Reichweite jawohl daun gibts da irgendwas? hier gibts nur Junge den macht ja aber nix da und das ist ein Lirb wir killen alles, es gibt keine Lirben gib ein Rohr, das sind kleine sag ich ja wir haben gerade ihre Mama kaputt gemacht wir sind böse Menschen okay, hör ab die Sache wird ernst wieso? mir fällt ein Bär an oh, reichhaltige Kupferader kommt davon, wenn man kleine töten muss was unschuldig sind und nichts dafür können wo bist du hin, es sind so viele Feinde guck auf die Map man, wir greifen Bären an und ich hab keine Energie ich bin hier bei einer reichhaltigen Kupferader der ist viel mehr wert als du du bist komplett weit weg komm her, hier gibts viel zu sammeln hier ist ein reichhaltiger Kupferader hol sie dir oh, da sind gleich zwei Bären scheiße ich find die jetzt gar nicht mehr ja, Map lesen ist halt so eine Sache, gell das kann nicht jeder du weißt, es ist sehr schwer Map lesen wieso haust du immer so schnell ab? wenn ich immer bei dir laufen würde wo du unterwegs bist und das mache, was du machst dann wären wir in 10 Jahren fertig mit diesem Let's Play das ist eine komische Höhle, bist du da noch? dann sind wir in 10 Jahren fertig bleib stehen gib mir Ruhe hey, hab die die verfolgt der Bär na, echt jetzt scheiße, der ist stark die bringt er um mich verfolgt er, aber die bringt er um musst du dir ganz oft ernst drucken, oder? weiß ich nicht na, jetzt habe ich nicht getroffen scheiße könnte ich eventuell verrecken, aber bleibt noch liegen ich hole die wieder guck, ich schaffe den ganzen und deine Hilfe bin schon wieder da so, komm her, hier ist der reichhaltige reichhaltige, reichhaltige, ich kann ja kein Deutsch mehr reichhaltige Ader, komm, nimmst du jetzt hat wieder gefehlt, dass sie fragt, wo ich bin hab sie gefunden da kannst du öfter nehmen, gell, nicht nur einmal öfter auf F drücken, öfter sammeln bis nichts mehr da ist aber das war jetzt echt kritisch, gell ja, wenn man ein Noob ist, ist alles so, nimm ich hin aber ich krieg die schon noch raus aus deinem Noob-Dasein ab Level 50 oder 60 doch, kann man öfter jetzt gehts wieder warte ganz kurz bis du das sammeln hey wir sind gar aggressiv da hey, ein Bär greift hier an also, ah ja, siehst du es ne, ich hab grad weggeschaut, grad kurz unsympathische sauviecher hey ich muss weiter weg, sonst bin ich nein, nicht weiter weg, bleib da schau, wie sind wir in Stichlast, weiter weg nein, nein, nur weiter weg nur weiter weg, du bist feigling, bist du ein feigling ich war ganz genau davor jetzt sammel da, schneller, hopp hopp es ist die Rache, weil wir einen Bären umgebracht haben jetzt rein uns die Pfannen nach das habe ich schlacht's gewissen nein ja, sammelt gibt es nichts mehr? nein ja, dann komm weiter du hast so viele Geräusche im Arsch ja, ich kann Mikrofon, was soll ich machen? neues Event in der Nähe ja, aber da das ein neues Event in der Nähe ist vielleicht? das ist ein Event das hast du schon miterlebt das müssen wir jetzt da machen schau oben rechts 11. Seraphentonteich, was bla 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 ok na, so viel verstehen Frauen oh, die Erfolgen ist schwer wenn man ein absoluter Nobis dann verstehe ich das, ja? na nix nicht gewöhnt dich dran, das wird später noch viel mehr und viel mehr Hektik ich bin eh noch langsam ich bin langsam noch ich kann dir jetzt schon kaum folgen ne, später werde ich mir dann gar nicht mehr folgen können lass mir auch was über da zum zerhauen sonst gilt das für mich wieder nicht du musst du langsam da ich bin zu trafkater, das ist ja schon kaputt lass mir auch was über da so, ok da gibt's was zum drauf da gibt's ja noch so oder so ich kann dir dann beide ja fest geht eh ganz schnell na, ich hab noch genug so dann bist du auch langsam na, du tust mir alles von der Nase wegschnappen ich bin nicht langsam ich bin nicht langsam gut, dann geh ich mal ein bisserl weiter warte halt ein bisserl bis es wieder spawnt kommt ja gleich wieder schon, erwarte euch sowas so wieso da auch hier noch aber wieso sind keine Zentauren da komisch ok das haben wir zerstört zum nächsten es macht Spass so Sachen zerstören das taugt mir volle macht ja Spass so Sachen kaputt dann kann ich nicht verrecken eben niemand niemand was zurückschlägt mhm das ist praktisch das haben wir da man kriegt ja endlich die vierte und fünfte Fähigkeit das dauert ja ewig wer hilft mir da keiner soll mir helfen bist du das? dann hab ich auch was davon Katmia, verschwind lass mal ein Waffenstand in Ruhe das gilt doch für beide wenn wir draufhauen ach so bist du sicher? ja dann musst du ja schnell genug draufhauen da ist nix jetzt warte ich nix jetzt schaue ich ob es bei mir was hilft na wenn nix durchschnitt du musst schon selber auch draufhauen so da kann man verkaufen schnell kurzbogen der Zentauren jeder muss sein Teil tun der ist gut das kauf ich ich meint man soll nix kaufen wo kommt's davon? ab und zu geht schon wenn's nicht teuer ist warum ist ein kein Schrott? das tut's mir nicht weg ein Stück Quildfleisch es gibt Sachen was man craften kann deswegen craften? ja, craften warte, hab ich was für dich Rohlederweste Mittel Brustrüstung erforderlich Stufe 8 ja nicht zu meiner Klasse verwendbar ja, her damit das ist für die gell? mhm vitale überlegende Nietenhandschuhe Stufe 8 kannst du mal angeben kannst du mal beide schicken kannst du auch unter einmal beide schicken kannst du auch unter einmal vier Sachen auf einmal nehm ich gerne an ich hab für die leider gar nix macht nix warte so viel Zeit muss sein ich schenke dir was mhm ich gucke dabei wo was spawnt aber das spawnt irgendwie nix aber warte mal halt ein bisschen weil dann sind wir dann gleich wieder voll ich spawnt da nix mhm schau was ich Zeit krieg aber leif ich dich ja eh gut ja und ich ist eh gut so ich will mich fest machen ah du brauchst ja nix du brauchst nix warte mal was waren das andere was ich dir schenke du bist ja eh noch Dekoration Nietenhandschuhe ja Stufe 8 kann ich einiges tragen ja und dann hab neun neun Bogen dann schaut denn der aus Vorschau ah schon cool aus oh danke hast du geschickt bitte thank you zuerst haben wir auch gemeint ich bin zu blöd ich hab alles richtig gemacht ja aber echt ja du warst zu blöd deinen Posteingang zu lernen so schaut's aus ok ohne der Weste ist nicht so gut da hab ich was besseres aber egal haben wir ja nicht wissen können aber die Handschuhe sind gut so komm her da ist ein Waffenständer komm beide reinhauen ach da vorne ist einer komm her komm her komm her sonst gibts Schläge kriegst du einer aufs Maul so und gemeinsam und dann zählt's für beide jetzt hat's gezählt ja ja du warst da vorne viel zu langsam da rein zu hauen so komm da sind wieder drei Sachen mhm und gib ein bisschen Gas ja machen wir Gas 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 gib Gas ich will Spaß so ich hau beide hau beim rechten auch gleich rein hau beim rechten Zerscht ein hau beim rechten Zerscht ein und mein Bogen schau mal fähig dort brav mit ja das dann noch ich bin fertig ich nicht ok dann mach du noch weiter dann mach du noch weiter gut dann würde ich mal sagen für diesen Part machen wir hier schon mal einen kleinen Cut Nina macht hier noch ein bisschen die Quest weiter und ich verabschiede mich schon mal und dann beim nächsten Mal machen wir dann wieder weiter hier tschüss bis gleich Bye